Musik Ein fröhliches Hallo an alle, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Sonic Generations. Wir wollen heute wieder ein paar kleine Tierchen einsammeln, das hat ja beim ersten Mal nicht so toll geklappt. Ja, es gibt wieder einen Haufen Bomben hier und da müssen wir ja aufpassen, dass wir da nicht von den ganzen Bomben hier erwischt werden, aber bislang geht das ja noch. Oh, wunderbar. Der wird uns wahrscheinlich irgendwann einholen, denke ich mal. So, wo müssen wir denn hin? Wo sind noch mehr Tierchen? Hier sind noch mehr Tierchen. Ich hoffe, wir kriegen überhaupt alle, weil das wäre zumindest ganz praktisch. Oh, cool, ich bin voll draufgetreten. Jetzt drauf gehüpft, meine ich. Ja, du blödes Teil, du sollst mir, du kannst mir gar nicht. Ah, ach ja genau. Und da war was. Ah, jetzt kommt dieses Ding schon wieder hier mit. Das ist ja schon sehr amüsant, ne? Oh, wir haben es sogar tatsächlich hier rauf geschafft, das finde ich ja sehr ideal. So. Wir sind unverwundbar und sollten uns jetzt hier hochkatapultieren irgendwie. Hier sind noch weitere Tierchen, die sammeln wir auch noch gleich mal ein. Wie viel haben wir denn jetzt? 42 erst. So. Hauptsache, wir werden nicht getroffen. Ach, das war jetzt doof. Da müssen wir hin. So, einmal hochkatapultiert. Hallöchen. Hier, Drecksäcke. Ich hoffe, ich kriege alle Tierchen. Das ist ja echt... Oh. Echt gefährlich hier. Aua. Nicht die Tierchen töten, ne? Das ist ja wohl klar. Das wäre wohl dreist, wenn die auch noch umgebracht werden von dieser Bombe. 70 haben wir jetzt. Ein paar kommen noch. Ein paar brauchen wir noch. Oh. Sehr geil. Nein, nicht da runter. Was war das denn? Äh. Halt. Da wollte ich gar nicht hin. Na, kacke. Egal. Ich kann es möglicherweise trotzdem noch schaffen. Irgendwo müssen noch... Irgendwo sind bestimmt noch welche. Oh. Das ist natürlich jetzt blöd. Wie komme ich da denn hoch? Da komme ich so hoch. Halt. Sehr schön. Das sollten alle gewesen sein. 98 erst. Verdammt. Kacke. Da haben uns zwei gefehlt irgendwo. Okay, wir probieren das nochmal. Diesmal wissen wir auch schon mal gleich, wo alle sind. Halt. Jetzt fängt er schon gleich an hier. Das gibt es ja nicht. Ja. Machen wir. So. Ähm. Ähm. Jetzt haben wir auch geschafft. So. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir hier alles wunderbar managen. Der mit seinen Bomben da. Der geht mir ja echt schon so ein bisschen auf den Zeiger. Danke. 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 Blöde Bomben, ey. So was ein nerviges. Die Bomben sind eigentlich total nutzlos. Das war nur hier schön mit Anlauf rüberhüpfen und dann haben wir das hier auch geschafft. Sehr schön. So. 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 Ach, das war blöd. Hier müssen wir hoch. So. Ach. 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 Neues. So. Hier auch nochmal Tierchen. Ähm. Ach. 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 Hier runter geht's ja auch. Ist ja eigentlich ideal. Eigentlich ziemlich perfekt hier. So kommen wir da auch wunderbar hoch. So. Da kommen wir auch nochmal zu ein paar Tierchen. Die wir ja schnell mitnehmen können. Ey. Wie dreist. Einfach schon wieder runter gehüpft. So. Hier waren nochmal irgendwo welche. Ah. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Verdammt. Ansonsten schaffe ich das auch wieder nicht. Oh. Wie soll man denn da hochkommen bitte? Wie soll man da denn hochkommen ansonsten? Ja. 98 wieder. Irgendwo müssen noch welche sein. Hm. Ach. Hier sind noch welche. Hä? Welche habe ich denn letztes Mal nicht gekriegt dann? Okay. Das schaffen war. Ähm. Zumindest wenn ich da hochkomme. Warte. 2,55. Da haben wir jetzt ein Ziel. Halt. Halt. Sehr schön. Jetzt haben wir es geschafft. Ach. So. Und das Ziel. Also immerhin Rang B haben wir geschafft jetzt. Wunderbar. Und ich habe ganz vergessen die Zeit zu stoppen. Das ist natürlich doof. Da werden wir also 5 Minuten weniger oder so etwa jetzt hier verbringen. Mal gucken. Erstmal hier schauen wo die Musik bleibt. Musik. 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 Wo ist denn die Note? Die Musiknote. Musik. I am all of me. Okay. You are all of you. Wir gehen hier mal weiter. Ab geht die Rakete. Das orangefarbene Wisp. Wer wandert dich in eine Rakete? Erreicherst die rechtzeitig. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So. Sowas mit Raketen. Hatten wir schon mal. Ey. Was ist das denn? Ah. Ich kann das sogar gedrückt halten. Wie? Ich bin tot? Äh. Wie das denn? So. Dreckiger Kerl. Zum Aufladen halten hat wahnsinnig gut funktioniert. Okay. So. Haben wir den hier schon mal. Okay. Ah. Da müssen wir. Sorry. Ja. Sehr schön. Tong Tong Tong. Okay. Wo müssen wir hin? Yeah. Ähm. Kacke. Menno. Da wäre ich gerne. Ah. Okay. Wir können. Mit. Etwas. Glück. Das alles noch. Irgendwie erreichen. So. Sehr geil. Auf jeden Fall. So. Wir müssen jetzt. Hier irgendwo hin. Und. Da geht's auch mit. Voll Karacho. hoch. Das ist auf jeden Fall schon wieder sehr cool. Ja. Wirf mal. Na gut. Dann halt nicht. Ähm. Ach da. Oh. Äh. Wo müssen wir denn landen? Aua. Kacke. So. Da müssen wir landen. Und einmal nach oben durch. nicht. Und. Ich schätze mal. Hier geht's rum. Oh. Das war ganz schön knapp. Hehe. Sorry. Sorry. Kumpane. Oh. Gleich den richtigen erwischt. Oh. Ah. Kacke. Jo. Jo. So geht's auch. Haha. Einfach mal dran vorbeigeflogen. Und. Rang B erreicht. Ja. Sehr schön. Das. Reicht uns auch wieder heute. Hauptsache. Ne. Wir erreichen überhaupt irgendwas. Ist ja schon mal ganz schön. Und. Ähm. Wir haben auch bald alle Akte geschafft. Wir sind jetzt schon. Ja. Zehn müssen wir. Ja. Elfen müssen wir noch machen. Das eine davon ist ja diese. Verdammt. Verdammt. Ach. Mist. Komm her du Musiknote. Ich hab dich voll verpasst. So ein Ärger. Ja. Äh. Einmal müssen wir ja noch zurück zu diesem. Einem Ring. Sammeln. Wo dieses eine blöde Ding dann noch rumkommt. Und. Äh. Dann. Ja. Dann kriegen wir das schon irgendwie hoffentlich auf die Reihe. So. Jetzt die Frage. Wie kommt man da hoch? Da. Müssen wir uns was einfallen lassen. Da müssen wir auf jeden Fall andere Wege gehen. Recht sicher. Mal gucken. Wo kommen wir da denn lang am besten? Irgendwie hier. Im Prinzip muss es ja hier lang gehen. Ne. Boing. Aha. Ne. Das ist aber auch schon. Ach kacke. Äh. Wo muss man dann lang? Halt. Wir gehen nochmal hier hoch. Irgendwas müssen wir hier übersehen haben. Da oben. Das Ding hier. Genau. Die andere Rampe. Okay. Da gehen wir lang. Hier von Crysis. Ach so. Von hier. Ah. Verstehe. Da oben waren wir schon. Ne. Aber hier noch nicht. Verdammt. 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 Ach. Mensch. Jetzt brauchen wir länger, um zum Level überhaupt hinzukommen, als ich dachte. Brauchen wir schon so ewig, um da hochzukommen. Zum. So. Wunderbar. Schon wieder ein Schattenrennen. Na. Geil. Und da oben sind auch noch irgendwelche Level, wo wir noch hoch müssen. Okay. Fangen wir mit dem Schattenrennen an. Das wird ja schon mal das. Obwohl. Ne. Das ist ja hier Plant Wisp. Ne. Ne. Das lassen wir mal. Machen wir mal das hier. Doppelgängerrennen machen wir lieber zum Beginn der nächsten Runde. Das dauert wieder zu lange. Zieforsten Balanceakt wieder. So eine Geschichte wieder. Das kann ja schon wieder ätzend werden. Bringe den Zufassen zu viel, ohne ihn fallen zu lassen. Beförder ihn einfach nicht berühren. Er ist schneller, wie du vor uns rennst. Ja, das versuche ich ja. Aber der springt überhaupt nicht auf. Ah. Toll. Oh. Ach so. Das Feuer kann man ja einfach ausmachen. Ey. So ein Scheiß. Was soll das denn? Wie dreist. Das sagt sich da oben auch ein. Wie soll man den denn sonst wegkriegen? Was geht da denn ab? Äh. Wo bin ich? Ja. Treibt mal schön hier irgendwo runter. So. Und weiter. Los. Friss. Lauf. Ah. Nicht. Wo ist das Ding? Da ist es. Äh. Oh. Sehr schön. Na geil. Schon wieder. So ein Scheiß Ding, ey. So ein Scheiß Ding, ey. Kannst du auch irgendwo anders weg? Ja. So ein blödes Ding, ey. Wie soll ich da denn hinkommen bitte? Hallo? Oh. Wie asozial. Wie dreist. Wir kriegen dafür noch fünf Sekunden wieder drauf. Das ist das dreist. So. Haha. Sehr schön. Zehn Sekunden wieder aufgeholt. Hehehe. Ne. Du kannst mir mal gar nix, Freundchen. Dich lass mal schön in Ruhe. Oh. Das ging ja echt schnell hier. Wir kriegen sogar Rang A hin. Ja. Geschafft. Sehr geil. Rang A. Mensch. Ist ja richtig gut. Na gut. Ähm. Da sind wir ja so in Form hier. Können wir vielleicht doch mal den... Ah. Das Schattenrennen probieren, ne? Naja. Ich weiß ja nicht. Haha. Ich trau mich da noch nicht ganz ran, weil das so lange dauern wird. Wir probieren lieber hier das andere Level. Da gibt es irgendwas mit Charmy. Himmel hoch. Lass Charmy mit dem so einen Weg schaffen, der dich in der Zeit zum Ziel bringt. Okay. Ich helf dir mit Wirbelwinden, Sonic. Mit Wirbelwinden. Mit Wirbelwinden. Ah. Ah. Guck. Überlass das mir. Ich komme. Guck. 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 Das ist auf jeden Fall recht interessant. Hehehe. Ich komme. Eine interessante Geschichte. So. Oh. Ja. Voll gebalscht. Ah. Die darf man schon gar nicht mehr. Oh. Ja. So, das sollte klappen. Wunderbar. Oh, kacke. Haben wir jetzt aber wieder aufgeräumt hier. Sehr schön. Sehr schön. Ähm... Wo muss ich denn lang? So ein Scheiß. Ja, du kannst wieder... einen Abgang machen. Ach, so geht's da lang. Ja, toll. Aha! Bonus! Ah, cool. Oh. Aua. Hö, hö. Aua. Greist. Aua, schon wieder. Kacke. Ja, also, das sollten wir aufpassen hier. Da sollten wir sehr aufpassen. Weil da ja doch ziemlich viele Raketen hier rumdreht sind. Ja. Aber... So, aber das haben wir jetzt geschafft. Was hat mich denn da getroffen? Oh, verarschen. Dreck. Ach, kacke. Ja, dieser Charm hier ist zwar sehr nett. Aber... Und ja, das ist hier viel blöder. Irgendwie habe ich zumindest das Gefühl. Okay. So. Die beiden lassen wir jetzt mal abheben. Oh, Mann. So. Drecksäcke. Ja, und so weiter geht's. Ähm, hier muss ich gar nicht lang, ne? So, wo geht's denn hier lang? Oh, wieso steht hier dauernd dieses Ausrufezeichen, wenn mir gar nichts passiert? So. Haben wir das auch geschafft? Heu. Den hier auch. Oh. Hoppala. So, den haben wir auch hier. Oh, Mann. Das ist aber echt ein ätzend langes Level. Muss man schon sagen. So. Oh, natürlich. Nein, doch nicht da hin. Kacke. Das sind wir wieder unten. Boah, das gibt's auch gar nicht. Wie soll man denn sich da oben halten? Hm. Ja, natürlich. Oh, auch noch. Scheiße. Jetzt sind wir fast am Ende. Ich trau mich hier nicht ganz. Nein, das war so klar. Das war so klar. Ach, das gibt's auch gar nicht. Ach, ihr Scheißkerle, ey. Fickt euch doch alle in Scharn. Junge, Junge. Ätzend. So. So geht's auf jeden Fall besser. Ach, so ein Mist, ey. Zeit ist um. Auch noch. Auch das noch. Blödes Level, ey. Ganz ehrlich. Das ist doch total erkackt. Wo muss ich denn sagen? Hier irgendwo runter, ne? So. Wir probieren das auf jeden Fall nochmal. Jetzt sieht's auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller aus. Ja. Sieht schon mal besser aus. Ja. Nein. Es ist echt nein. Vor allem habe ich jetzt gerade keine Ringe mehr. So. Aber auch die Situation ist gelöst. Ähm. Verdammt. Warte mal. Wie ist das? Hm. Nee. Nee. Aller. Ah. So klappt's. Wunderbar. Nein. Nein. Jetzt sind wir hier ganz unten. Oh. Nee. Na gut. Aber wir können ja trotzdem hier wieder hoch. Hallo. Hallo. Blöder Kerl. Probieren wir es nochmal hier. So. Wir sind auf jeden Fall schneller. Ja. Dann komm mal bitte. Charmy. Ja. Das war ja sowieso klar. Egal. So. Ja. Die müssen wir erstmal abheben hier. So. Dann lassen wir die mal abheben. Tony. Ah. Ja. Dinger. So. Haha. Ey. Oh. 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 Sowas ätzendes. So. Und auch das haben wir geschafft. So, es wird auf jeden Fall recht spannend. So, das Ding feuert jetzt. Ja. So, die halten jetzt alle. Oh, halt. Okay. So. Aua. Kacke. Oh, sehr schön. Sind wir hier schon durch? Äh, was? Wieso hat mich denn da noch was getroffen? Was ist denn da noch für eine gewesen? Ah. Ah. Ich komme. Sonic! Ich komme. Immer lass das hier. Oh. Sonic! Oh, geschafft. Oh, meine Güte. Na, ein Glück. Ne, nicht nochmal. Danke. Das reicht mir. Das reicht für heute. Meine Güte. Das haben wir schon wieder... Oh, 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 oh. Da bin ich ja schon wieder tausend Tode gestorben. Da habe ich schon wieder... Ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich habe schon wieder nicht mehr sehr viel erzählt. Das war einfach gerade wieder ein bisschen sehr panisch von mir. Ich weiß es nicht. Chaotisch. Das auch sicherlich. Zumindest haben wir es geschafft. Und ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Macht es gut. Ciao. Ciao. All that's stuff. Das war's für heute.